Hey Freunde der geklemmten Bausteine, kennt ihr alle das berühmte Bild von Da Vinci mit den Sonnenblumen? Ja? Dann, ganz ehrlich, würde Da Vinci, der noch keine Klemmenbausteine kannte, wahrscheinlich bei diesem Bild frohlocken. Und zwar habe ich heute von Kisele, die 92003, das Sonnenblumenbild für euch. Aber mehr danach, beziehungsweise mehr davon, nach dem Intro. Bis gleich! Ja Freunde der Klemmenbausteine, heute wie gesagt, das richtig coole Sonnenblumenbild von Kisele mit 666 Teilen. Das ist eine ganz schön teuflische Zahl. Aber das Set ist überhaupt nicht teuflisch. Nein, nein. Vertraut mir, das Set ist geil. Also ich sage mal so, ich habe es für meine Frau gekauft bei Blue Bricks im Store in Berlin. Es hat mich, lasst mich kurz lügen, 34,95 gekostet. Ich musste gerade ein bisschen spicken. Ähm, sie hat es nicht ganz alleine gebaut. Ich habe es auch gebaut. Ich wollte es euch eigentlich nochmal zeigen. Ähm, dieses Set ist echt cool. Es macht echt Spaß. Also ich habe ihr dabei zugeguckt. Ja. Plopp. Da haben wir schon mal. Dazu kommen wir später. Das ist jetzt gerade nicht wichtig. Ja. Also es ist so ein dreidimensionales Bild. Ähm, das steht bei uns auf dem Schrank. Deswegen ist es ein bisschen eingestaubt. Sehe ich gerade. Müsste ich mal wieder abstauben. Ähm, ich habe ihr das geschenkt, weil sie nicht so klemmbaustein-affin ist. Aber bei diesem Set, das hat ihr echt Spaß gemacht. Und das, was ich gebaut habe, hat auch Spaß gemacht. Ähm, ja. Kommen wir mal zum Ersten. Also die Farben sind, ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennt, das ist kein Gelb. Das ist so Bright Light Orange. Also ziemlich helles Orange. Dadurch kommt die Blume oder die Blumen echt cool rüber. Also sie kommen so wirklich sonnenblumig rüber. Ähm, wenn ihr hier guckt. Ich versuche es mal anders zu halten. Ihr baut überall kleine Sonnenblumen. Ihr kriegt unglaublich viele grüne Teile. Ja. Und ein bisschen Weiß dazu. Ja, das Weiß ist halt typisches Weiß. Muss ich jetzt nicht sagen. Darum geht es gar nicht in dem Set. Es geht um die Blumen. Es ist ziemlich dreidimensional. Ich zeige euch das mal so. Die Blume hier oben hängt an einer Bar. Und die hier unten hängt auch an einer Bar. Ja. Und ich wackel mal. Es ist bis auf das, was ihr gerade gesehen habt, äh, bis auf dieses eine Teil, es ist sehr, sehr stabil gebaut. Ähm, das Bild, wie ihr seht, ich stelle es mal so hin, das steht. Ne? Das hat hinten ein Stand. Es kann aber auch an die Decke, äh, an die Wand gehangen werden. Ich zeige euch mal den Stand hier. Der wird aus Technik-Pins gebaut. Und dann habt ihr hier so eine coole Aufhängung, beziehungsweise so einen coolen Aufsteller. Und hier oben habt ihr, wie ihr seht, baut ihr die Wandhalterung. Damit könnt ihr das an die Wand hängen. Das Bild macht echt was her. Ist echt schön. Ähm, ich habe mir das nochmal gerade eben zum Vergleich bei Blue Bricks auf dem Kanal angeguckt, äh, im Video. Und ich muss sagen, deren Fliesen waren echt hart zerkratzt. Meine waren, oder unsere, waren leicht bis gar nicht zerkratzt. Also es ist echt, macht Spaß, dieses Bild, ähm, zu bauen. Ja. Die Klemmkraft. Hm. Also ihr seht ja dieses eine Teil, was hier überhaupt nicht hält. Ähm, ihr kriegt keine Ersatzteile dazu. Keine. Ja, das ist der Nachteil. Das heißt, es gibt auch nichts auszutauschen. Ähm, ja, ansonsten lässt sich das echt top bauen. Meine Frau hat natürlich viel, viel länger gebraucht. Ich würde sagen, bei dem Full-Aufwand so zweieinhalb Stunden und ihr seid durch. Ähm, die Größe. Ich gehe jetzt hier nach Blue Bricks Angaben, ähm, weil die, äh, ein bisschen, ja, ich sag mal genauer gemessen haben als ich. Ich, ich hab's jetzt nur so mehr oder weniger überflogen. Also es ist 27 hoch. Wartet, ich zeig euch das. Es ist 27 hoch von hier nach hier. 21 tief von da nach da und 14 breit. Also es sind alles circa Angaben. Ich hab's nochmal nachgemessen. Also das Bild an sich nicht. Aber mit den Blumen kommt der Überstand schon hin. Und natürlich ist es nur 21 tief, wenn ihr es hinstellt. Wenn ihr es an die Wand hängt, ist es natürlich weniger tief. Ja. Ähm, was soll ich sonst noch sagen? Ja. Ich komm mal zur Anweisung. Erstmal kommen wir zur Anweisung. Also alles wird in Tüten geliefert, aber hat keine Bauabschnitte. Ähm, ich guck mal, dass ich euch... Ja, das ist eine schöne Seite. Das ist eine schöne Seite. Hier seht ihr mal die Farben. Hier seht ihr dunkelgrün und hier seht ihr normales Grün. Also dark green und green. Ähm, man kann die Farben wirklich gut unterscheiden. Es wird wirklich diesmal hier bei diesem Hersteller wird alles ausgegraut. Also wirklich grau. Das ist grau. Kein blau-grau, sondern grau. Ähm, was natürlich auch wieder Vorteile hat. Also die Anweisung lässt sich super bauen. Es ist für eine Anfängerin wie meine Frau ein bisschen tricky gewesen. Aber so für, ich sag mal, Klemmbaustein-affine Menschen wie uns, ist das jetzt nicht so das Problem. Ähm, es lässt sich gut bauen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, wie gesagt, also die Klemmkraft prinzipiell ist sehr gut. Auch die von den Technik-Teilen. Ich zeig euch das mal. Wartet, 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 bevor ich hier anfange zu reden. Also es ist eine Mischung aus einer Technik-Konstruktion für die Blumen und, ähm, Plates. Ja, Plates. Nein, doch, Plates, Plates, Plates. Verschiedene Plates. Hier seht ihr das mal. Dieser Arm, an dem die Blume hängt, ist aus Technik-Steinen gebaut. Richtig cool. Ja, wirklich, was ich cool finde, was viele Hersteller nicht machen. Sembo, den ich liebe, die Blumen und andere Hersteller, Marktführer, nur mal so, benutzen da rote Zweierpins oder Achsen. Hier werden schwarze verbaut. Das ist natürlich cool, weil ihr dadurch keine Farbsäuche habt. Und später, falls ihr das Bild irgendwann mal auseinander nehmt und was anderem benutzt, habt ihr schwarze Pins. Ja, einiges ist hier an Hingeplates gebaut. Also an diese, na, ihr wisst, wie haben wir früher gesagt, ähm, Klappplatten oder Klapp, ja doch, Klappplatten, habe ich früher als Kind gesagt und meine Kumpels und, äh, meine Brüder. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, ist ein schönes Teil, hat schöne braune Töne, hat schöne, ähm, Grüntöne. Die, wie gesagt, die Gelbtöne sind eigentlich Bright Light Orange. Ja, das ist ein 14-Plus-Set. Also 14-Plus gehe ich mit. Du bist auf jeden Fall, äh, nicht, ich sag mal, ähm, ungut gewählt. Also Kisele baut ja öfter Blumen-Sets, wie ich gesehen hab, bei Blue Bricks. Ähm, ich hab mich so mit dem Hersteller noch nicht so weit beschäftigt, aber ansonsten, ja, die Blumen-Sets sind echt cool. Wie gesagt, die Klemmkraft ist zu 95% sehr gut, teilweise sogar zu gut. Also meine Frau hatte Fingerschmerzen, als ich dann selber geklemmt hab, hab ich gemerkt, ja, okay, die Steine lassen sich wirklich ein bisschen schwerer klemmen. Ähm, aber sie ist stolz drauf und jeder, der fragt, so, hat dein Kerl jetzt Blumen gebaut? Da sagt sie, nee, das hab ich gebaut. Also, es ist schön. Ja, was kann ich sonst über die Anweisung noch sagen? Sie hat 46 Seiten. Alles in allem ist es auf 97 Bauschritte unterteilt. Also auch nicht schlecht. Und sie ist Klammer gebunden. Hier, damit ihr das mal seht. Falls ihr es überhaupt seht, ja, da sieht man es, die Klammer reflektiert. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Ansonsten, ähm, die Farbwahl ist echt toll. Also dieses Himmelblau, wartet, ich zeig euch das nochmal kurz. Ich würde dieses Video heute mal nicht so in die Länge ziehen, weil, ähm, da gibt's nicht so viel. Dieses Himmelblau, die weiße Wolke und die Sonnenblumen dazu. Das wirkt echt top. Also, ist ein echt schönes Set. Ähm, kann man mal ein Bit mitbringen. Gerade für eine klemmbaustein-affine Frau. Äh, die wird sich freuen. Und meine Frau hatte eine Sache, die sie gestört hat, anfangs, bis sie dann rausgefunden hat, was. Und zwar, als sie die aufgemacht hat und gebaut hat, meinte sie, ey, das riecht hier voll parfümiert. Hast du dich eingedieselt mit meinem Parfum? Und ich meinte, nein. Hast du irgendwelches Deo benutzt, so? Und hast du ein Frauendeo benutzt? Nein, Schatz, hab ich nicht, meinte ich zu ihr. Und irgendwann roch sie aus irgendwelchen Gründen an ihren Fingern, weil ihr das doch sehr komisch vorkam. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, die Teile sind parfümiert. Also, wenn ihr das Ding aufbaut und hinstellt, in der Zeit, an dem Tag, duftet das Set auch noch. Also, das ist mal was Außergewöhnliches. Es duftet. Hm. Ist ja gar nicht so uncool, ne? Ja, was soll ich denn sonst noch sagen? Eine Kaufempfehlung. Gebe ich euch die? Ja. Ja, gebe ich euch. Gebe ich euch eine 100%ige? Ähm. 99,5%. Warum so? Warum nicht 100%? Weil, wie gesagt, dieses Teil, damit ihr es wisst, hat hier diesen Fehler. Es riecht, das heißt, es ist auch nicht für jeden unbedingt was. Aber prinzipiell, kaufen. Definitiv kaufen. Das Set macht Spaß. Ich zeige euch nochmal die Anweisung von vorne. So sieht der Karton übrigens auch aus. Ich habe ihn leider nicht mehr, weil das Set steht jetzt schon. Ja. Ich kann es euch sagen. Ich habe es zur Eröffnung des Bluebrick Stores in Berlin gekauft. Also wisst ihr ungefähr, wie lange das hier rumsteht. Ne? Es steht schon ein paar Minuten. Ein paar Minuten. Ähm. Deswegen gibt es den Karton nicht mehr. Ihr wisst, ich mag die Kartons. Ich kaufe gerne Sets in Kartons. Stell mir den Karton kurz hin. Bau auf. Freue mich über den Karton. Und dann landet er im Müll. Weil er ist nur ein Karton. Ähm. Bei Lego halte ich es ein bisschen anders. Aber da auch nicht bei jedem Set. Ne? Es gibt auch Sets, wo ich die Kartons einfach wegballere. Ähm. Ja. Ansonsten. Gibt es eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich packe euch den Link unten rein. Wenn ihr noch nicht abonniert habt. Abonnieren. Liken. Kommentar verfassen. Wäre echt lieb, wenn ihr das machen könntet. Ähm. Hilft mir. So ein, zwei Leute sind schon auf meinen Kanal gekommen, die mich nicht kannten. Andere sind über Empfehlungen hingekommen. Ja. Aber ich würde es euch empfehlen. Definitiv. Na dann. Würde ich mal sagen. Dieses schöne Set. Diese schönen Blumen. Machen Da Vinci alle Ehre. Und ich würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit Au. Tschö mit Ö. Und. Auf Wiedergesehen. Tschö mit Ö. Untertitelung des ZDF, 2020